Das ist das grösste Spiel der Schweiz. Das härteste, das unberechenbarste und das spektakulärste. Heute geht es los mit dem Rennen quer durch die Schweiz. Und das Team, das mehr Ausdauer hat als seine Gegner, das mehr weiss und am geschicktesten spielt, gewinnt am Schluss den Hauptpreis im Wert von 30'000 Franken. Herzlich willkommen zum «Game of Switzerland». «Game of Switzerland» dauert drei Tage und startet mit vier Zweierteams. Ohne Handy und ohne Internet, nur mit Hilfe eines Hinweises, müssen sie herausfinden, wo das nächste Ziel ist. Wir sind auf der richtigen Spur! Dort wartet eine Aufgabe auf unsere Teams. Dabei testen wir nicht nur ihre geistige und körperliche Fitness, auch ihre Beziehung wird auf die Brot gestellt. Zurückfahren, zurückfahren! Normal? Keine Ahnung, fahren! Ich höre dich nicht! Geradeaus, geradeaus! Das Team, das am Schluss des Tages, also am Ende einer Etappe, als letztes ins Ziel kommt, fällt aus dem Rennen. Wir sind die Letzten und das letzte Spiel schon wieder. Das ist so fest! Am Ende des drittigen Tages ist nur noch ein Teamführung. Und das gewinnt das «Game of Switzerland». Um sie kämpfen diesmal die beiden Freundinnen, Desiree und Joel. Bianca und Luca aus Zürich. Monika und Tito aus dem Kanton Bern. Und die zwei Freunde, Silvan und Pete. Monika, ihre Befürchtung wird wahr. Jetzt… Hey, ich bin klein. Hey! Jetzt wird's mega krass. Es ist mir ein Anliegen, innen zu Hause alle Aufgaben von unseren Kandidatinnen und Kandidaten vorzuzeigen. Leider, leider reicht das Budget heute nur für vier Bungee-Sprünge. Ich bin mega froh. Weil unsere Teams müssen an einem 200 Meter langen Seil ab dieser Mauer runterkommen. Es wird noch verrückter. Dann müssen sie Kopf über beim Ausschwingen das Schloss knacken, das Täschchen aufmachen, die Schweizer Flagge rausnehmen und diese ausbreiten. Wenn sie das geschafft haben, kommen sie zu den nächsten Hinweis über. Das ist eigentlich wie eine Albtraum, die wahr geworden ist. Und ich muss sagen, ich bin wirklich blockiert. Ja, wie gelähmt. Das geht nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich würde es auch nicht machen, weil ich den Mut nicht habe. Schau, dort ist sie ja schon. Sehst du die anderen? Nein, aber ich sehe dich auch. Sieh da! Schau! Verkehr! Ja, ich suche einen Parkplatz. Wenn beide von euch nacheinander den berühmten James-Bund Bungee-Sprung absolvieren und eine Schweizer Fahne mit beiden Händen ausgearbeitet haben, bekommt ihr das Couvert mit dem nächsten Hinweis. Also bei mir war der Laden unten. Fertig. Also wir haben gewusst, wir wollen jetzt Bungee-Jumpen. Das ist okay? Wir haben gewusst, wenn so etwas dran kommt, dann gehe ich zuerst, dann macht sie es auch. Und ich war auch fokussiert an die Sicherheitsanweisung. Ich habe nicht runtergeschaut, habe nach vorne geschaut. Einen Schritt, zack, runterkommt. Du musst dich konzentrieren. Geil, Tierk! Du kannst jederzeit springen, es gibt keinen Countdown. Uiuiui, ich kann gar nicht schauen. Geil, Tierk! Oh mein Gott! Oh mein Gott. Oh mein Gott! Danke. Eine Pfanne. Ja, ist alles gut. Okay, ich bin ready. Ich muss das schnell durchziehen. Hast du runtergeschaut? Nein. Hast du auch gehofft? Ja, du machst einfach so. Schau nach vorne. Du gehst dort hoch. Auf das Protest. Du bist einfach so ... Du willst gar nicht ... Du willst wirklich nicht. Du kannst noch ganz vorne. Ah! 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 Ich kann es euch! Ich kann es euch so fest! Ah! Was? Hast du noch ein Bauchtaschen mit einem Zahlergut? Hast du mal den Zahlergut gesehen? Er ist so klein. Du machst gerade einen Bungee Jump. Und du hast dann so ein kleines Abwender. Also, Entschuldigung. Nein! Okay! Hörger! 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 Ah! Ich bin jetzt nicht so fertig. Ah! Hey, bravo! Ah! Das ist deine nächste Aufgabe. Mega hart. Du hast das mega gemacht. Alles gut, super. Super, ich bin stolz auf dich. Wir brauchen ein bisschen Ferien voneinander, oder? Nein. Doch. Wirklich? Das ist ein bisschen abstand. Das ist jetzt aber gemein. Nein, ich glaube, sie haben es sicher nahe zusammengebracht. Ich glaube nicht, dass sie es nahe zusammengebracht hat. Ich glaube, es hat unsere Stärken noch einmal aufgezeigt. Sorry, es ist einfach wirklich körperlich so anstrengend über die Decke. Das ist das eine. Und dann kommt eben so der Kopf dazu. Hey, und das ist das, was ich fertig mache. Und dann bist du noch aufgeregt die ganze Zeit. Aber es ist einmalig. Es ist einmalig. Waaay, hoi! Vom Reifall ins Tessin. Was für eine abenteuerliche Reise haben wir gemeinsam erleben. Unvergessliche Momente und ein verdientes Sieger-Team. Auch zu Hause hat jemand gewonnen. Die Person, die jetzt eingeladen ist, herzliche Gratulation. Danke, haben Sie mich gefiebert beim Game of Switzerland. Ade miteinander. Untertitelung des ZDF, 2020